So, servus Leute! Jetzt sind wir bei der letzten Szene für das Video. Und zwar der Heli-Szene, was eigentlich fast die Start-Szene für das Video ist. Aber es ist jetzt leider erst ausgegangen, weil es doch sehr, sehr kompliziert ist, ein Heli zu bekommen, wo man rausspringen kann. Auf jeden Fall war das ziemlich eine Prozedur. Jetzt sind wir da, jetzt bauen wir eben, jetzt haben wir da so eine Wächter, wo wir mit dem Heli herfliegen. Jetzt bauen wir noch die kleinen Feinheiten mit der Wüste runter. Hoffentlich funktioniert es. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch auf dem Heli, der soll jeden Augenblick da irgendwo auftauchen am Himmel. So ist das Auto, jetzt kriegen wir gerade die Heli-Lieferung. Also das ist der Heli-Lieferung. So Leute, jetzt gehts los und jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt fliegen wir rauf. Und Heli starten wir gerade und dann gehts los. Yeah! Alter! Alter! Jetzt hat er uns wieder eingestaubt. Der war jetzt so gemütlich. Der ist geil. Der ist das einzige was. Bisschen weiter weg. Der war jetzt so gemütlich. Der war jetzt so gemütlich. Der war jetzt so gemütlich. Schlüsselbein. Mein Schlüsselbein ist ab. Schlüsselbein ist ab. Du tanzt dich auch nicht. Lass es dir. Komplett ab. Das ist reif. Hörleilen. Scheisse. So konsekrirend bei dem. Letzter Sprung. Letzte Szene. Skipass Nummer. Jetzt auch da. Mach das mal. Schlüsselbein rechts wahrscheinlich. Nicht dass ich wissen. Außer gegen ihn halt. Das ist schon mal aufgegangen. Servus Leidl. Da liegt der da drin. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Der hat schon mal. Die Säte. Die Säte. Die Säte. Das ist scherz. Die Säte. Die Säte. Die Säte. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist minus 20 Grad und es ist halb sieben Uhr nach früh, was nicht ganz optimal ist für die ganze Motivation in der Runde. Das war's. 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 Das war's.